Wenn du kurz AFK gehen kannst. Tüllü! Juhu! Die kicke ich, die mache ich kurz alleine. Es sind alle da. Da kann man schon loslegen, ey. Ups. Sind alle da? Ich glaube fast gar nicht. Gottmorg ist ja auch da, ich drehe ja durch. Ist ja bald. Ja, ich kann aber nicht kämpfen, ich bin so voll gefressen. Was ist mit voll gefressen? Ja, aber ich kann aber nicht schlecht kämpfen, ich bin so voll gefressen. Passt du denn an deine Rüstung oder was wolltest du jetzt damit sagen? Guckt mal, ich hab hier Ads gefunden. Es gab Schweinshaxen. Du bist doch echt. Nein, ich sag's nicht. Eine Haxe vom Schwein. Oh, das ist schlecht. Ups. Tschüss, Norbert. Ach, nicht schön wieder. Na, ist schon wieder da. Kenny. Ja? Wo ist denn die Musik? Solft. Ja, ich höre nichts. Oh, ich höre nichts. Dann müsstest du jetzt die ganze Zeit den Finger auf der Tasse lassen. Das ist blöd. Selbst wenn du redest, hört man das nicht. Echt? Na, da muss ich einfach mal drücken und nicht reden. Boah. Oh, soll. Ey, nein, 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 Einspruch, Einspruch, Einspruch. Du bist aber leise. Muss ich den lauter machen. Ja, doch. Warte denn für ein... Ich höre gar nichts, wenn ihr dauernd durcheinander quatscht. Oh, ne. Jetzt hab ich vergessen. Was für Ruhigendes hätte ich gerne, so Metallica oder... Kenny, tschü. Tschü. Ey, was sind das denn für alle? Diese Haie da. Ich fass es nicht. Man sollte nicht vor dem Edge stehen. Dankeschön. Man sollte nicht vor dem Edge stehen. Finde ich sehr nett, dass sie das den Leuten mal gesagt haben. Das ist sehr... Nicht wahr, Robi? Man sollte nicht vor dem Edge stehen. Wenn die Danks das immer drehen und lutschen, äh... Mach das nicht. Ja, Kenny, ja. Heb deinen Hintern und beweg deinen Arsch. Nö! はい! Also, ich schretz definitiv, und kenn ich nie.